Hallo, ich bin Marta von Rose Bikes. Heute stelle nicht ich euch das neue Bike vor, sondern unser Lieblingsprakti, der Flo. Okay, let's go! Ich erkläre euch heute das Sneak Plus. Das Sneak Plus ist unser neues Urban Singlespeed E-Bike und es kommen in zwei verschiedenen Farben, ganz classy in matt schwarz und matt weiß, jeweils mit den reflektierenden Decals und in den drei verschiedenen Größen S, M und L. Das Besondere am Sneak Plus ist auf jeden Fall die Optik. Wir haben ganz minimalistisches Design und das liegt daran, dass wir einfach voll integrierte Züge haben, also man sieht keine Anschaupunkte oder ähnliches mehr, auch die Schweißnähte sind echt gut verarbeitet und außerdem ist das Sneak Plus auch echt leicht, da wir eine Carbon Gabel verbaut haben. Auf den ersten Blick denkt man beim Sneak Plus gar nicht daran, dass es ein E-Bike ist, aber es ist eins, denn in dem sportlichen schlanken Rahmen befindet sich ein 250 Watt Akku mit genügend Reichweite für das Pendeln, sportliche Rides oder auch um einfach mal durch die Stadt zu sneaken und angetrieben wird das Sneak Plus durch einen Hinterrad nahem Motor von E-Bike Motion. Passend zum minimalistischen Design des Sneak Plus haben wir auch nur einen einzigen Button verbaut und das ist der iWork One Button im Oberrohr und ist einfach wichtig bei dem Clean Design zu bleiben und nicht noch ein zusätzliches Display zu verbauen. Mit dem iWork One Button könnt ihr die drei Unterstützungsmodi abrufen, ihr könnt den Akkustand abfragen oder auch die Lichtanlage aktivieren. Apropos Lichtanlage, das ist eine LED Lightskin Lichtanlage, die ganz Style- und STVO-konform im Lenker bzw. in der Sattelstütze verbaut ist. Und wenn ihr noch weitere Funktionen zusätzlich braucht, dann könnt ihr einfach die E-Bike Motion App runterladen. Unten im Rahmen befindet sich auch der Ladeport, da könnt ihr dann zu Hause euer Sneak Plus aufladen. Und wenn ihr Bock habt auf ein geiles Single Speed E-Bike, das cool aussieht, eine gute Optik hat und sich echt fetzig fährt, dann ist das Sneak Plus genau das Richtige für euch. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Bike, dann stellt die gerne hier in den Kommentaren, abonniert uns hier auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.